Come with me, the Florida Part 1. Erstmal nehme ich euch mit zum Flughafen. Das war mein Fit. Meine Mutter hat gesagt, ich sehe aus wie eine Adidas-Werbung. Das Check-in hat zum Glück gar nicht mal so lange gedauert. Und wir sind dann ein bisschen shoppen gegangen. Das ist immer mein Lieblingsteil. Papa wollte sich auch mal ein neues Parfum kaufen. Da haben wir leider nur nichts gefunden. Dann ging es erstmal in die Lounge. Die haben immer die weltbesten Cookies. Da habe ich mir natürlich erstmal ein paar genommen. Und die haben auch prinzipiell richtig gutes Essen. Meine Eltern haben sich auch erstmal ganz viele Cookies geschnappt. Ich habe erstmal nur ein bisschen gechillt und Musik gehört. Hier ist unser Ticket. Und zum Glück mussten wir nicht so lange warten. Hier geht es rein. Oh mein Gott, habe ich mich da gefreut. Die Sitze waren so bequem und alles sah so cool aus. In Teil 2 geht es noch weiter. Und das war es auch schon. Bye.